Hallo und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart. Ich habe jetzt endlich mal meinen Controller gewechselt. So, und wir lesen erstmal ein bisschen Anfälligkeiten der Roboter. Datum 12. März 1955 von G. Rixbert, Leiter des Reparaturtrupps, an W. Newchow, Leiter des Sicherheitsdienstes. Bitte gib bei der Versammlung die folgenden Informationen an die Mitarbeiter weiter. An alle Junior-Ingenieure, angesichts der immer häufiger auftretenden Zwischenfälle bei denen, wo war es, in einer Endlosschleife feststecken, Ursache noch unklar, denkt bitte daran, sie immer auszuschalten. Anders als bei Arbeiterrobotern befindet sich bei den Laborrobotern das Zentrum der Nervenenden konstruktionsbedingt im Steißbein. Im Falle einer Fehlfunktion nähert euch dem Roboter vorsichtig von hinten, führt ein Werkzeug in den Schlitz ein, um den Schaltkreis zu unterbrechen und ruft einen Techniker. Bei den Rafics ist die Sache anders gelagert. Es ist strengstens untersagt, sie zu öffnen, da ihre Energiezellen explodieren können, wenn sie von einem Laien entnommen werden. Verdächtige Aktivitäten, Datum 15. Mai 1955. E.J. Mushtarev, stellvertretender Leiter des Sicherheitsdienstes, schreibt an wie New Job, Leiter des Sicherheitsdienstes. Streng geheim. Eine Ärztin, die erst seit kurzem im Komplex arbeitet, hat die Anzahl ihrer Visiten beim Gefangenen Petrov erhöht und ignoriert dafür häufig andere Gefangene. Ich beantrage die Genehmigung zur Verstärkung der externen Überwachung von Viktor Petrov. Gefangene Nummer S 230385. Um mehr über dieses Treffen zu erfahren. Auszüge aus einem Bericht vom 8. Juni 1955. Zeugenbericht zu dem Gefangenen F451 Sozialwertung 1. Das glaube ich nicht. Petrov ist zwar ein Psycho, aber er ist kein Überläufer. Selbst wenn sie ihn dafür bezahlt haben, uns zu verraten und ihn rekrutiert haben, ist er, nun ja, er ist im Grunde wie ein Kind. Er will geliebt und respektiert werden. Er will, dass die Leute ihm sagen, dass er klug und brav ist. Hier wimmelt es nur so vor Genies. Da ist er einfach aus Versuch durchgedreht. Gewiss, er hätte schon Sabotage begehen können, aber nicht für amerikanisches Geld. Und wenn Geld geflossen ist, dann war das für ihn nur ein Vorwand. Er will eine Anerkennung. Und wenn er die als Wissenschaftler oder Ingenieur nicht bekommt, dann holt er sie sich eben auf andere Weise. Er will es in die Geschichtsbücher schaffen. Welche Geschichte? Tja, ich glaube, das steht auf der Liste seiner Prioritäten relativ weit unten. Psychologische Beurteilung vom 21. Dezember 1954 von Dr. A. Reufe an W. Njutschow, Leiter des Sicherheitsdienstes. Die Untersuchung von Viktor Petrovs psychischer und psychologischer Verfassung hat folgende Diagnose ergeben. Ausgeprägter Narzissmus. Schwere Depressionen basieren auf einem tiefsitzenden Minderwertigkeitskomplex. Eifersucht basierend auf Eko-Hyperkompensation. Besessenheit von Bildern aus der Welt des Theaters und fanatisches Streben nach Anerkennung. Insgesamt kann Petrov nicht als berechnender Verräter angesehen werden. Seine Verbrechen beruhen ausschließlich auf traumatischen Faktoren und eventuell Geld aus den USA, sofern es denn überhaupt existiert. War nicht der ursächliche Grund für sein Verhalten, sondern lediglich ein Vorwand für sein instabiles Ego. Ich rate dringend dazu, Petrov in einen psychiatrischen Isolationsflügel zu verlegen, um ihn dort behandeln zu lassen. Aha, aha, aha. Oh. Schatz, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Ich war so einsam. Aha. Ich muss durch eine Laserwand kommen. Am liebsten lebendig. Was für eine dumme Idee, Schatz. Das ist doch schrecklich gefährlich. Bleib lieber bei mir. Ich mache, was du willst. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, so knallhart. Ich erzittere. Spritz dein Polymer in mich hinein. Lass dich von ihr nicht herumkommandieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör nicht auf ihn, mein Großer. Er will uns auseinander bringen. Nimm den dummen Handschuh ab, damit wir für immer zusammenbleiben können. Aha. Willst du, dass ich dich schlage oder in Stücke zerlege? Würdest du mich wirklich wegen eines dummen Handschuhs töten, Liebling? Wie würdest du denn ohne mich in dieser grausamen, gewalttätigen Welt überleben? Ohne Probleme. Ist ja nicht so, als würdest du mir irgendwie helfen oder so. Ich kann doch nichts aus dem Boden stampfen, Liebling. Ich brauche Polymer und andere Komponenten. Stöck mir dein Polymer rein und ich gebe dir, was du willst. Ich... Noras Kuss. Für begrenzte Zeit bleibst du bei 1TP, wenn du tödlichen Schaden erleidest. Nach dem Aufladen kann die Fähigkeit erneut eingesetzt werden. Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installiere endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Verbesserung initiiert. Entspann dich und genieße. Aber versprich mir, dass du wieder schmutzige Dinge zu mir sagst. Oh, ich hau dir gleich eine rein. Ja, ja. Schlag mich, Meister. Ich liebe dominante Kerle. Ist ja widerlich. Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu erinnern. Nach dem, was da gerade abging, renne ich liebend gern durch jede Wand. Blub, blub, blub. Erhöht den Schaden. Polygon 8 Starker Hieb. Zeitlang vorbereitet werden muss. Erkonomischer Griff. Haben wir nicht irgendwas gefunden gehabt für irgendwas? Äh. Äh, bevor wir da durchlaufen, ich speichere mal ganz kurz. Die Verbreitung vertraulicher Daten überführt und möge sich umgehend bei der Sozialkontrolle melden. Speichere Daten. Das tat weh. Das war ganz schön heftig. Fast wär's das gewesen. Betonung auf. Fast. Stimmt. Suchen wir den Verräter. Wenn ich den in die Finger kriege, reiß ich ihm den Kopf ab. Ich meine, also irgendwas reiß ich ihm ab. Verdammt. Pff. Was heißt das? Das kennen wir schon. Was ist das denn? Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du es geschafft? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut. Du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir hier. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Satchen aufgehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Buraf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach vergrüßen lassen. Wär aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treff dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist du denn? Major Nitscheyev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chalomey. Victor, rette dich! Chalomey. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling. Warnung. Hey, stehenbleiben! Warnung. Verdammt. Alarmstufe Rot. Lockdown im Gang. Was? Oh oh. Oh! Ah, nein! Okay, wir haben gespeichert. Das ist nicht schlimm. Das ist also der Victor. Ich habe irgendwie gedacht, der Victor ist älter. Ich bin radar. Oh. 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 Er ist ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Alles klar. Wir sollen nach da oben. Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum dahinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator PEC-4? So ist es. Die Birke PEC-4 ist ein vegetativer Polymer-basierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Achtung an alle Mitarbeiter. Bitte hört euch diesen Chebeter an und lasst ihn dort, wo er ist. Er soll alle daran erinnern, unter keinen Umständen Pflanzenproben mit nach Hause zu nehmen. Ich will da irgendwie durchlaufen. Okay, da darf man nicht durchlaufen. Ach, da kommen einfach neue raus. Was ist das? Nein, mach die Tür auf. Die Musik. Was ist denn mit der Musik los? Müssen wir lang? Tür zu. So. Boah, Würste. Du musst dich nicht fürchten, du bist tot. Vor wem? Den Robotern? Aber wodurch dann? Das kann ich nicht ermitteln. Wir werden es wohl auch nie herausfinden. Verstanden. Sie sind in der Wand. Kannst du sie nicht hören? Du musst dich nicht fürchten. Du bist tot. Ich weiß, als ich noch am Leben war, sah ich, wie tote Leute wieder aufstanden. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ich fürchte mich vor ihnen. Ich muss weiter. Haltet die Augen offen. Sie queren sogar die Toten. Ich habe es selbst gesehen. So, was haben wir hier? Dies soll das einzige Eis zwischen uns sein. Stärke die Verteidigung der Sowjetunion. Wo ist es das? Tod dem Imperialismus. Nein, zur kapitalistischen Ausbeutung. Ohne Wissenschaft kein Brot. Die haben aber immer mal so andere Plakate hängen, gell? Es fühlt sich aber an, als ob wir hier drinnen stehen und gar nicht kriechen. Also gekrochen sind wir ja bei Callisto. Oder auf Callisto. Oh, was ist hier los? Spiel gespeichert. Oh, eine kleine Knifte. Und Fernseher. Toll. Viel Fernseher gucken. Lauf nicht voraus. Steh nicht auf der Stelle. Marschiere im Gleichschritt. Nach Volkes Wille. Hä? Wissenschaft ist das Rückgrat der Produktion. Du hältst dich also für klüger als deine Chefs? Nein, du verdrehst meine Worte, Doktor. Ich habe nie gesagt, dass ich klüger bin als sie. Du hast aber gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich dieselben Chancen und Ressourcen hätte wie sie, würde ich ebenso viel erreichen können. Wenn nicht mehr. Beneidest du Menschen wie ihr? Fetch in Love, Lebedev und Tito Monenco? Sie beneiden ist nicht das richtige Wort. Beneiden heißt, man möchte haben, was jemand anderes hat. Das will ich aber nicht. Ich bin an ihrer Seite stehen. Ich will ihnen gleichberechtigt sein. Und ich spreche nicht von ihren Entscheidungsbefugnissen. Ich möchte, dass wir alle wirklich gleichberechtigt sind. Aber genug davon. Wir haben das schon hundertmal besprochen und du glaubst mir immer noch nicht. Das ist Zeitverschwendung. Wache, wir sind hier fertig. Wer legt denn einfach einen Steg hier so hin? Und muss ich die immer so tragen? Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie? Eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist ziemlich robust. Du kannst sie fallen lassen. Oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Mm-hmm. Hmm. Nein, ich höre Dinge. Geh durch die Tür, wie denn? Oh nein! Ja, sofort, schon so hier. Oh, ist man da? 15 Jahre Verteidigung des Sieges der Oktoberrevolution. 15 Jahre Verteidigung des Sieges der Oktoberrevolution. des Wawilov-Komplexes, Anne Scharchenkou, Logistikleiter, Genosse Scharchenkou. Wohin verschwinden all deine WoW-A6-Roboter in solch großer Stückzahl? Ständig haben sie eine Fehlfunktion oder lösen sich schlicht in Luft auf. Es versteht sich von selbst, dass ich Kontakt zum Pavlov-Komplex aufgenommen habe. Sie werden uns noch einige Einheiten schicken. Mach deine Pelikan-Lader bereit. Die Lieferung trifft morgen ein und löse das Problem mit den Verschwindenden. Wo war es? Behalte dein Ausrüstungs-Inventar im Auge. Du wirst gewarnt. Bericht 15. April 1955 von E. Smirnov, Personalleiter an J. Mushtarev, stellvertretender Leiter des Sicherheitsdienstes. Bericht über die letzte routinemäßige psychologische Beurteilung im Wawilov-Komplex. Am 15. April 1955 wurde eine routinemäßige psychologische Beurteilung von 85 der 86 Junior-Mitarbeiter des Komplexes vorgenommen. Ein Mitarbeiter war nicht anwesend. Fyodor Lebedin. Juri, frag Fyodor bitte dann nach. Einerseits ist er ein guter Kerl. Er hat im Krieg sein Bein verloren, dient dem Mutterland aber weiterhin so gut er kann. Andererseits erscheint er nie zu medizinischen Untersuchungen und ist generell antisozial. Wenn er trinkt oder Schwierigkeiten hat, müssen wir ihm helfen. Er ist dieses Kriegsveteran. Oh, ich möchte nicht gegen einen Beinlosen kämpfen. Aha. Ach, das klingt nach Petroffs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petroff lebend. Beeil dich, Major. Was meinst du denn, was ich hier mache? Ach, das ist eine Ding. Das ist eine Leinwand. Das fällt mir jetzt erst auf. Speichere Daten. Sehr schön. Vielen Dank. Halt, ist es noch gar nicht so weit. Hallo, Madame. Zugang gewährt. Ohne Fuchs. Reicht leider nicht. Leider, leider, nein. Autorisierung. Major Nechayef. So, ist jemand in hier? Schock, Gegner, Charakter. Zusätzliche Clustermunition-Kapazität. Die Kapazität von Clustermunition steigt an. Für begrenzte Zeit. Weitere Verbesserungen des Anzugs erfüllen deine maximale Gesundheit. Durch deine herausragenden psychischen Fähigkeiten kannst du einen zusätzlichen Sprint ausführen. Wilder Eber. Ablegen. Die Kapazität von Clustermunition. Was ist das? Erhöht Anzug, Schutt vor Laserangriffen. Durch deine herausragenden Fähigkeiten. Der Verbesserung der Kompressionsradar, Höhenkapazität. Clustermunition. Ich weiß nicht, was das ist. Dein Handschuh kann dich mit Neuropolymer-Schild umgeben, der dich gegen Nahkammer-Fernschaden schützt und einen Teil der Energie der Neutralität in die Energiereserven umführt. Interessant. Cool. Speichern. Wehre gegnerische Angriffe ab und führe sofort einen Konter aus. Ach du Gott. Oh Gott. Konter, wenn ich das schon lese. Aber jetzt vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Tschüss.